Ja, Freunde der sanften Unterhaltung, einen herzlich willkommen zu einer weiteren lustigen, spannenden, tollen, wie auch immer Runde. Ich habe zuletzt einfach mal so noch ein bisschen hin und her geschubst und gestapelt. Denn das Gewächshaus, was wir gesetzt hatten, stand ein bisschen hoch, weil hier der Felsen durchguckt. Ja, ich habe es nochmal umgerückt und nochmal umgeräumt. Ich finde, jetzt sieht es ganz gut aus. Und wir haben genug Platz. Wir können hier daneben pflanzen, wir können hier davor pflanzen. Hier läuft das Wasser sogar aus der Wasserrinne rein. Ja, ein Gewächshaus ist bestückt. Das war wieder ein Theater, dass das wieder alles so passt. Das ist immer so ganz knapp. Bepflanzen können wir es in der Jahre gleich gemeinsam. Ja, also die Änderung habe ich letztes Mal noch gemacht. Ein bisschen umständlich, ich gebe es zu, aber es macht ja auch trotzdem Spaß. Klar, man hätte und sollte und könnte, aber ich wollte die Ecke hier hinten nicht verlieren. Weil ich mag halt die Kanten. Ich mag es nicht ganz, wenn man alles so eckig ist. Selbst das ist eigentlich hier, hier wäre mir es sogar lieber, wenn es eine Innenecke gäbe. Weil ich habe immer so neutral an Ecken hängen zu bleiben, wie an Türen. Ihr kennt mich ja. So, das erstmal dazu, als Abschluss der letzten Runde. Ja. Hier räumen wir unser Zeug wieder her. Weil ich finde, hier war ein guter Platz dafür. Mal gucken, vielleicht sortiere ich das auch mal hier ein bisschen schön. Und lasse mir das davor stehen. Mal gucken. Aber die Säge, die steht hier im Weg, die kann sozusagen... Oh Leute, ich bin noch nicht mal richtig, ich wohne da. Oh. Jetzt haben sie mich erhört. Jetzt haben sie mich erhört. Gut, und ich erfriere jetzt, weil ich keine Jacke an habe. Wie immer. War doch eben noch so schön sonnig. Mike Laster auf. Jung. Wie schning. So. Und. So, zu allererst. Was ganz wichtig ist. Ihr habt es ja bestimmt im Titel gelesen. Es gab ein Update. Und als ob der Entwickler uns erhört hätte. Gibt es jetzt... Haha, guckt mal, passt auf. Mike hat schon einen. Da. Und. Es ist Weihnachten. Mike hat seinen eigenen Weihnachtsbaum bekommen hier. Damit es ein bisschen gemütlich aussieht. Ja, also der Entwickler hat sich nicht lumpen lassen und hat kurz vor Weihnachten nochmal auf die V17 gepatcht. Ich weiß nicht, warum er in letzter Zeit immer alles in der Hauptversion hoch patcht. Wir befinden uns sozusagen jetzt in der V17. Ja, Änderungen. Werden wir schon mitkriegen. Hier steht auch einer. Den habe ich vor selber schon mal hergestellt. Zack. Mal schauen, ob wir den hier irgendwo mit untergebracht kriegen. Damit es auch im Schlafzimmer oder hier im... In Bar hat, wie auch immer, besser wird. Und hier. Wir haben sogar schon die ersten Geschenke. Ist es nicht süß? Ah. Alles jetzt unter Dekoration zu finden. Da. Kostet gar nicht so viel. Die Geschenke kann man sich sparen. Was neu dazu gekommen ist, ist eine Werkbank wieder. Und zwar eine Reparaturbank. Ist das eine, die man... Da weiß ich gar nicht, ob die ist. Die vom Händler... Wir haben ja nichts mehr offen. Ne. Also das ist eine, die man wieder beim Händler erwerben muss. Kann, braucht. Wie viel die kostet. Werden wir sehen. Und zwar ist das zum Reparieren der Rüstung. Weil wenn wir sehen, meine Rüstung ist sozusagen im Eimer. Also zumindest der Körperschutz. Muss ich mir eine neue bauen. Die lege ich mir gleich mal herüber, weil ich mit dran denke. Halbbarkeit null. Ja. Kann man jetzt beim Händler Buffs erwerben? Einmal für mehr Leben, für mehr Ausdauer, für weniger Essen. Und schieß mich tot. Vier waren es, glaube ich. Ja, also man kann doch Technologien erwerben, dass man höhere Werte hat oder einen besseren Verbrauch. Ja. Okay. Dann wurde an ein paar Rezepten was geändert. Das habe ich mir auch jetzt im Detail nicht gemerkt. War jetzt auch nicht ganz so spannend. Wir werden sehen, wenn wir es brauchen. Ja, nur das kurz hier zuvor, damit wir sagen können, wir haben endlich Weihnachten. Ist zwar noch nicht der 24. Wenn euch die Folge erreicht müsste, reintritt ich da, oh Gott, der 22. sein. Ich schaue mal nach. Ich habe nachgeschaut. Nein, das müsste der 21. sein. Ja, also haben wir eine schöne Weihnachtsstimmung in der Vorbereitung. So. Jacke raus. Es wird uns zu warm. Jetzt geht es nämlich los hier von wegen Wärme rein, raus, an und ausziehen. So, was ist noch passiert? Ich habe noch ein bisschen Material hier durchgeworfen. Weil wir brauchen ja noch so einiges. So, hier machen wir wieder voll. Glas. Ich weiß gar nicht, für was hat ich denn das Glas jetzt noch gemacht? Werden wir sehen. Alubahn. Seht ihr? Haben wir wieder einen übrig? Ich muss mir einen neuen Körperschutz machen. Die alte. Nein, da. Oder wo? Die können wir ja zum Mikrober hängen. Da braucht die ja eh nicht. Nicht, dass ich die ausschließlich mal anziehe. So. Schnell. Über den Hof gerannt. So. Erledigt. So. Und schon ist es wieder Abend. Und hier unser Frosch. Keine Ahnung. Der kommt immer wieder. Immer an dieser gleichen Stelle. So. Tür zu. Eine neue Weste. So, nun mal gucken, was wir brauchen. Weil diesmal muss ich dran denken, dass ich mir merke, an welcher Werkbank. Nicht, dass ich immer noch fünfmal gucken muss. Wir benötigen eine neue Weste. Fünf Tuch, zehn Kevlar. Fünf Tuch, zehn Kevlar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Wir können uns eine neue Weste machen. Ja. Habe ich nicht gerade mal gesagt? Ich sollte vielleicht gucken, an welcher Werkbank. Alter Mann. Ander normalen Werkbank. Okay. Vier Tuch. Zehn Kevlar. Was? Habe ich mir doch wieder vertan? Fünf Tuch. Ey, ich bin so dämlich. Ja, es wird Zeit, dass in Fahrtage Ruhe werden. So. So wie der Weihnachtsfahrtage ein bisschen ausruhen. Gedanken mal ein bisschen geradeaus biegen. So, jetzt. Gut, wir haben eine neue Weste. Yay. Gut, das zu diesen. Dann brauchen wir neuen Beton. Und jetzt kann ich es zum ersten Mal testen, ob das auch wirklich funktioniert. Bisher war ja das Problem, dass man das hier nur manuell besticken kann. Jetzt soll das mit funktioniert. Rein, wir raus. Jetzt auch mit Schnelltaste. Okay, gut. Eine kleine Änderung, aber eine sinnvolle. Warum die jetzt erst nach so, so langer Zeit kommt, weiß man nicht. Aber wir beschweren uns nicht. Wir nehmen alles, was uns der Entwickler so mitgibt. Wie spät haben wir es denn? Guck mal, wir haben Tag 88. Das ist Folge 67. Müsste das sein oder sowas? Oder schon die 68? Das war 22 in dem Tag im Vorsprung. Essen, trinken, Wasser. Apropos. Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Ich habe es extra angemacht. Jetzt habe ich wieder so viel gequasselt, dass ich vergessen habe, das Feuer einzumachen. Auch zu benutzen. So. Essen läuft. Trinken. Ist noch ein bisschen was drin. Werte sind in Ordnung. So. Samen. Ich möchte in dem einen, in der einen, in der einen, in der einen, im einen Gewächshaus möchte ich nur sowas wie, wie Gurken und, und Mais haben. Also nur das, was hoch rauswächst. Weil das die Dinge sind, die wir relativ schnell Verbrauch kriegen. Blum, blum, blum. Vielleicht setze ich mir hier in den Ecken noch Kübel für Kürbisse oder sowas. Mal gucken. Also, Rinder mit. Mike, du bekommst neue Arbeit. Also, Gurke. Gurke. Ich mache praktisch eine Hälfte so und eine andere Hälfte so. Was natürlich bedeutet, wir brauchen mehr Lager. Platz dafür. Zack. Aha. Und hier ist nämlich ein Mittelding. Das lassen wir mal offen. Müssen wir vor allem auch wieder eine ganze Menge Samen neu versorgen. Oder ich darf ihn da nicht mehr verschmeißen. Dann ist ja alles kaputt gegangen, was ich hatte. So, als Vorrat. So. Mike, klick gleich los. Also, eine Hälfte Gurke, eine Hälfte Mais. Mal gucken. Hier machen wir vielleicht Wassermelonen. Brauchen wir doch auch noch, oder? Lasst uns mal noch ein paar Pflanzkübel bauen. So. Ausrichten. Ich bin über Eck. Ja. Einmal. Hier passt es noch nicht so. Da habe ich es ein bisschen zu gut gemeint. Aber hier steht es doch auch mit der Ecke. Ja. So manchmal passt das mit den Maßen bei mir auch nicht so. Bin halt auch bloß blind. So. Ich habe es doch hingestellt. Das waren acht Bretter und acht Nägel pro Kiste. Aue. Acht Bretter und acht Nägel. Die holen wir mal schnell noch. Acht Nägel und acht Bretter. Nägel. Haben wir noch welche? Muss ich mal gucken. Der eine Nagel, der macht es Kraut nicht fett. Los, komm. Zwei, drei, vier. Die Nägel haben wir und vielleicht noch die nächsten gleich. Da haben wir noch mehr Kisten. Da hin müssen. Da. Und zack. Und die passen Bretter und es könnte nicht kalt werden. Ich ziehe mal lieber die Jäckchen an. Essen, trinken passt soweit noch. Die Säge. Naja, das ist halt der Nachteil, wenn die Dinger nicht direkt am Sägebock sind. Sind das weitere Wege. Oh ne, nicht die schon wieder. Oh ne, nicht die schon wieder. Jetzt können die uns nämlich das ganze Fundament wegreißen. Zitän. Zitän. Eigentlich wollte ich mich ja gesund schlafen. Lass mich raus. Ist ja dämlich. Dann kommen wir hierher. Ja. Ich hab ja nicht dagegen, wenn sie die Hälte abreißen. Das wolltest du schon? Mensch. Mike, also echt mal. Da hast du deine Kumpels eingeladen und dann. Naja. War es nur ein kurzes Intermezzo. Und ich bin mir da abgelehnt gewesen mit dem, was es werden soll. Aber, ja, halt bevor ich mich vollstöpfe. Und gleich mal ein paar Samen mitnehmen. Zumindest die für die Wassermel. Genau, wir können ja die, die Melonensaat. Oder machen wir Zwiebelmelone. Wir haben große Melone und Kürbisse. Hier kommt die andere. Wasermelone in die eine und Zwiebeln und Kartoffeln in die andere. Ach, ich nehm die einfach mal mit. Die wiegen ja nicht. Na komm. Tadam. Lohn da los. Ja, die Kiste. Zack. Klar. Warum soll ich denn die nicht nutzen? Muss ich nicht tausendmal hinterher, vorhin und zurückrennen? Zack. Ja. Komm, meine Bretter. Schneller, Maschine. Es gab noch eine kleine Besonderheit, die betreffend der Steinkisten. Das muss ich mal testen, ob ich das so richtig verstanden habe. Es ist wohl so, dass wenn du die Steinkisten bewegst, dass die Steine alle in dein Inventar landen. Was natürlich eine sehr unschöne Variante wäre. Können wir dann gleich mal gucken. So, die haben wir. Ne, was machen wir denn hier? Die machen wir drüben. So, Wassermelonen nutze ich ja nicht so oft. Kommt dorthin. Dann machen wir hier eine Zwiebel und da eine Zwiebel. Da haben wir jetzt eine Kartoffel. Dann die Zwiebel und mich jetzt vertan. Seht. Ja, falls doch. Werden wir es merken. Aue. Er rennt einfach durch mich durch. Da. Und hier dann sozusagen das gleiche Spiel. Das müssen wir aber jetzt nicht unbedingt gemeinsam ein bisschen ins Detail durchführen, weil das ist sehr anstrengend. Das so hinzukriegen, dass es auch passt. Vor allem ist es eine ganze Menge Spielkram. So. Und das gleiche dann sozusagen hier auch nochmal. Und hier kriege ich es nämlich nicht hin, seht ihr? Hier steigt das nämlich nach oben. Was nun natürlich ein bisschen gemisch ist. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. So. Was soll's? Jetzt können wir machen die erstmal voll. Nägel sind noch drinne. Was kann ich hier dann nebenher machen? Läuft uns ja nicht weg. Ja. Noch ein paar Breppe rein. Schön. Beziehungsweise genau ausrichten. Und schieben kann ich das ja dann, wenn wir dann so weit sind. So. Dann kommen wir hier schon mal wieder. Die Zwiebel und die Kartoffel. Und hier sollten ja auf der einen Seite sollten... die Wassermelonen hin. Und auf der anderen dann die Kürbisse. Gut. Ihr wisst... Bescheid, was es werden soll. So, wir packen das mal hier rein. Die Kiste muss man natürlich mitnehmen für die Bretter. Jetzt bin ich in die falsche Rechnung gerannt. Ich brauche hier Beleuchtung. Das Schöne ist, die Weihnachtsbäume, wenn wir die hier so als Deko zwischen irgendwo aufstellen, da kriegen wir bestimmt hier ein bisschen grün. Die müssen ja nicht an sein. Das kommt hier her. Mike, du musst noch mal arbeiten. Nützt nichts. Wir brauchen neue Holzschalter. So. Jetzt ist es Mike. Dann, 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 dann... Dann, 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 dann... So. So, schnell was essen. Mal schauen, wie lange Winter wir noch haben. Februar. Mal gucken. Könnte bald vorbei sein. so wollen wir das mal testen aber nicht mit der vollen ladung und das muss ja wieder warten die steine sind jetzt nicht so viel wir lassen mal eine lage drin liegen das ist ja mal was das gesehen mit einem schwung rüber das ist eine coole neuerung und jetzt wenn ich die kiste bewege ist noch drin okay dann habe ich da irgendwas falsch verstanden oder mich verlesen ja weil ich hatte das nur kurz überflogen ich hatte schon darauf gewartet darum habe ich auch nichts mehr vor produziert sondern echt darauf gewartet dass jeden tag vielleicht was neues kommt entwickler hatten sich das öfter überrascht gerade wie zu halloween oder sowas naja hat gut geklappt so wieder ziehen wir kurz was aus und überhitzt man zu sehr da habe ich noch einen alu quatsch in den blei so zack mit dem ich umsonst ansehen könnt ihr ruhig heraus rosseln wie wir haben wir denn hier sand hatte ich zuletzt eine ganze menge mitgenommen da brauchen wir so schnell wieder kein kein wieder wieder kein ist schon immer noch mit und dann sind die nämlich durch geschmolzen ok und die nächsten die wir produzieren werden dann auf halte produziert weil wir brauchen ganz dringend dann verstärkungen für unsere aktion da unten das kann man kleiner machen und dann geht es ab in die höhle wir brauchen material ich muss nämlich zwischenzeitlich noch mal kurz in die höhle weil ich brauchte ein bisschen kupfer das habe ich beim rumkraxeln nach tieren einfach so mit gemacht so wir wollten die höhle wir wollten tieresprit fasern wir brauchen ein paar seile stecke haben wir genug holzstämme nehme ich mir ein korn voll mit halte seile wir müssen echt material machen ernten ernten ich weiß nicht wie viel es waren nicht zerstören erhebst du auf er macht aber auch ein gewesen manchmal ja jacke alles kann ich nicht jetzt wird es ja super ist wenn ich das wetter bei mich aufheben den habe ich mir gerade so schön hingelegt leben kickt runter müssen ich schlafen da können wir uns wieder erholen hat mich die vorbereitung schon mal habe ernten kommen wir mal mit rein für brennholz ernten ernten schicken wir doch keinen toten hund da ist das nicht ist das nicht schön das wetter wenn man das ist ausschalten könnte wer das sind schöner bildschirm schoner ich habe mal ein bisschen was auf ja ich packe die stecken dass man da rein nicht aus dem inventar kriege aber dann losziehen dann muss ich mir halt mitnehmen aber hinter und ohne brennholz das wäre nicht schlecht du auch noch können wir machen kleiner jahren damit gemütlich ist na komm ich liebe mein lagerfeuer das ist das erinnert mich so an die anfänger immer von quatsch dahin von infected wo man nur das feuerchen hatte um sich zu wehren und seitdem liebe ich es ich weiß ich könnte in der küche kochen aber irgendwie ist das nicht das gleiche so gut wir gehen schlafen essen trinken ist soweit in ordnung wir trinken vorher noch mal was ok gut hier mal alles ach ja und ich weiß gar nicht ob die wand die dazu wir uns die öllampe die habe ich einfach mal mit gemacht weil ich so beim durch seppen war was die deko betrifft ist das nicht schön ist es nicht wunder wunderbar herz aller liebst wenn das nicht passend für und für unser thumbnail ist ja gut haben wir dann los ab ins bett nicht aus wir schlafen uns gesund so ganz gesund bin ich jetzt nicht aber ich muss auch aufpassen dass die werden nicht so weit runter gehen der schnee fällt immer noch in großen haufen da unten ist ein tier ich brauch fleisch jacke an nützt nichts noch ein lernwagen ja da ich brauche essen ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe gar nichts ich helfe ich sehe sie ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe Hm. selbst die fröche was haben wir wir brauchen noch leder für die stühle rein hier gucken wir uns auf heile und als sympathie werden gleich mit bilden wieder mit krank noch ein tier jetzt nicht aufgehört na toll ja haben wir wenigstens ein was das ab rein und zu beute ist jetzt tiefgekühlt mich lassen wir vorbei ich habe hier schwere fracht so schlimm hat man essen lange nicht mehr ausgesehen gut wir hätten ja noch die wie heißen sie die fischfilet draußen aber das ist sozusagen die notreserve ja lass uns mal gucken passt noch was mit rein ja ernten auch ein bisschen aufteilen das und das und das und das und das und das also auch um zu gemüse werde ja arg im im eimer sind ja auch noch eine da schmeißen wir dorthin wagen steht in einem weg ja 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 du musst wir haben jetzt nicht genug wasser zum händen was hast denn noch in der flasche 22 ok dann verschwende ich das gern leber für die heilung ok es läuft die melone heben uns auf die erst mal gleich um lassen es war das leder hoch bringen der nächste stuhl fertig das wird immer gemütlicher hier auch wenn die deko artikel noch nicht so sind dass man sagt man kann ganz zufrieden sein aber es doch gefällt trotzdem ich hatte gesagt wir wollen ein bisschen grün hierher oder wenigstens ein kleines bisschen ich würde mir gerne hier unten auch noch ein wandersbaum hinstellen einfach nur um hier ein bisschen grünzeug reinzukriegen einrichtung waren die kosteten da zwei eisenbahnen haben aber kupferbahnen haben wir nicht da schade was darf ich stelle ich stelle die mal hierher ob wir sie dann verwenden weiß ich noch nicht was warte da kommt deine sekel damit die oberste tun kriegt wir brauchen dann noch bretter für die beete oder ich brauch bretter für die beete lüge dumm das ist noch drin laki laki hier ich hab unsere freunde die frösche gesehen wo bist du ich hab dich gesehen in deinem auto versteckst du dich da kriegt man nämlich unsere werte auch wieder ordentlich hin das war jetzt aktuell nicht braucht hängen hier erst mal wieder auf damit doch wieder was auf reserve haben geht ja nicht an dass wir hier verhungern müssen zwischenzeitlich sollte oben und zu essen fertig sein erledigt die bretter laufen durch nahrungsaufnahme gehen zwar unsere trinkwerte runter mit das gibt es nicht das ist wieder voll hier schmeißen wir unsere gemüse werte hoch und hier legen wir unsere werte für das trinken oder flüssigkeit haben noch ein bisschen drinnen sagt vor der falsche flasche getrunken wäre es so schnell sind aber das was man für die nägel gebraucht haben wieder raus wo mein leben tickt runter das ist ein bisschen so nur beim schwitzt sterben zum tote geschwitzt sozusagen noch ein raus die knochen sind hier drin was ihren samenkörner kommen wir hier rein so gut also wir brauchen die spitzhacke habe ich bogen habe ich sperr ist in ordnung ab in die höhe wir brauchen material heil sind wir auch mal gucken was macht der sprit der reicht ja jetzt habe ich die blöden seite noch einstecken wir wollten ja die verteidigung reparieren ob ich das nicht mehr merke dass die seite dort drin sind ich glaube es eher nicht so dann machen wir es einfach so ich fahre in die höhle holen uns materialien schmelzen sie durch und dann sehen wir uns morgen hier wieder mal gucken ob ich in der zeit vielleicht lust hatte die pflanzkästen fertig zu machen ja also schreibt in den kommentar was haltet ihr von dem update cool geworden mit den weihnachtsbäumen passend zur weihnachtszeit hätte mich auch fast gewundert wenn sowas nicht kommt er war ja nun doch relativ aktiv und es ist halt ein nettes deko artikelchen was mit dazu gekommen ist weil deko etc hat man hier in dem spiel halt zwar da wie wir sehen aber das passt alles nicht immer so zusammen jedes mal wenn ich mich verabschieden will jetzt wird bloß sich nehmen was mich in ruhe okay gut naja also ihr wisst bescheid ich mache noch ein bisschen haushalt fahre noch mal schnell rüber in die höhle und wir sehen uns dann wieder mit neuen schabernack in diesem sinne tschüssikowski und bye bye so Vielen Dank. 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 Vielen Dank.